Flugzeug, Flugzeug, stürz mich ab Flugzeugdüse, mach mich schlapp Flugangst, Aviophobie, Flugangst, Aviophobie Flugangst, ihr wisst nicht, wie das ist, als Terrorist mit Flugangst Flugzeug, Flugzeug, stürz mich ab Weil ich noch Großes mit dir vorhab Ich hatte doch noch Beruhigungspillen beim Sprengstoff, wieso sind die weg? Und wo ist überhaupt der Sprengstoff? Verdammt, ich hab das falsche Gepäck Panikattacken 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 Ihr wisst nicht, wie das ist, als Terrorist mit Panikattacken Das Flugzeug stürzt schon nicht ab, sagt der Mann neben mir Beruhigen Sie sich Na toll, denk ich nicht mal mein Opfer Glaubt an mich Versagensängste 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 Ihr wisst nicht, wie das ist, als Terrorist mit Versagensängsten Ich bin übrigens Journalist, sagt der Mann Während der Knabberzeug knabbert Und ich bin Terrorist, sag ich Verdammt, jetzt hab ich mich auch noch verplappert Das ist ja interessant, sagt er plötzlich Die Frau daneben Sagen Sie mal, ganz ehrlich Kann man davon leben? Naja, sag ich, mit nem festen Gehalt Sollte man's nicht vergleichen Und außerdem hat der Chef gesagt Es muss ja nicht lange reichen Existenzangst 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 Ihr wisst nicht, wie das ist, als Terrorist mit Existenzangst Solo Müsst ihr euch dazu vorstellen Hör mal, sagt da die Frau Du sagst, du bist Terrorist Ich arbeite in nem Callcenter Und du hast keine Ahnung, was Terror ist Du terrorisierst hier einmal im Leben 300 auf einen Schlag Ich aber terrorisiere 300 Tag für Tag Und ich terrorisiere ein ganzes Land Sagt der Mann, wann immer ich mag Was, ruf mich überrascht, arbeiten sie etwa für den Springerverlag Er nickt und ich sage, dass Angst und Schrecken zu verbreiten auch mein Ziel sei Da rufen die beiden für ein wie dich Ich jamme immer ne Stelle frei Flugzeug, Flugzeug Stürzt nicht ab Weil ich endlich Nen Job gefunden hab Guten Tag, wir machen ne Umfrage Und was wir gerne wüssten Haben sie eigentlich Angst vor Terroristen Achso, abonnieren sie diesen Kanal, dann wird's lustig Ihr PuffBuff